Das ist jetzt deine Chishova, noch original Sakura-Blutlinie, ist leider im Sommer immer etwas gelb, also ich kann nicht sagen warum. Wenn das Wasser über 3-24 Grad hat, dann wird das Schirro relativ gelb und dann, wenn der unter 20 Grad wieder fällt, 18 Grad, wird es wieder weiß. Das Weibli hat so 75 Zentimeter und Rentmaß vielleicht 80, wobei der Fisch jetzt schon acht Jahre hat, also schauen wir mal, was noch geht. Sehr guter Fisch, qualitativ sehr gut. Gucken wir mal, wo die Reife noch hingeht. Das Weibli hat so 25 Meter ab und dann wird das Wasser über 3-24 Jahre alt und dann wird das Motorradfahrer geteilt. Vielen Dank.